Hallo zusammen, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ich mit einer Taste zweistimmig spiele. Wobei die Hauptstimme soll Trompetensound haben und die Oberstimme eine Klarinette erklingen. Also nicht einen Sound doppelt, sondern sauber getrennt Hauptstimme Trompete, zweite Stimme Klarinette. Das mache ich natürlich mit dem Effekt Harmonie. Ich ordne jetzt jedem der beiden Parts einen Sound zu. Bei Part 1, also die Melodiestimme aus der Gruppe Brass, die Breit Trompett. Im Part 2, Reit 2, aus der Holzkörbläserabteilung German Klarinette. Durch gleichzeitiges Drücken der Taste Direct Access und Harmonie gelange ich in das Einstellungsmenü. Harmonie ist in der Kategorie bereits eingestellt. Unter Akkordtyp wähle ich Country Duet. In dieser Einstellung legt das Keyboard über die Melodiestimme, die Trompete, eine zweite Stimme, die Klarinette, oben drüber. Im Untermenü Detail muss unter Assign die Funktion Multi eingestellt sein. Chord Note Only muss auf Off geschaltet sein. Und die berg opinions von der Rakuten, die in der Kategorie, die Trompete, die Zerbittinette, oben drüten, oben drüten, oben drüten, oben drüten Sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020